Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, liebe Freunde von TV21, liebe Wegbegleiter aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur. Auch danke an all jene, die uns treu geblieben sind und ihr Vertrauen geschenkt haben. Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr. Wir sehen uns am 24. Dezember beim Weihnachtszauber wieder. Das Grießkind kommt aus Favoriten. Es stammt ganz sicher nicht aus Ottergrin. Am Leberd steht heute noch die Hütten. Da drin ist damals gländes arme Ding. Der Stadl steht heut noch drum im Bruder. So hat er's einfach wollen, der Himmel vorder. Nur hast die Hütten auch heut die Wolle. Da zieht's die Hütten alle heut noch hin. Stadt Gold, Stadt Weihrauch und auch Mühre. Gibt's Schnäpse, Durte und Leberkasse und Biere. Das Grießkind kommt aus Favoriten. Wenn's euch nicht glaubt, dann habt's euch wirklich geschnitten. Und später dann als Jesus, Chapeau, Verehrung. Mit einer wundersamen Brotvermehrung. Wie hat er's trittst mit ausgesprochenem Gschick. Die Striezel kamen aus der Ankerbrotfabrik. Und auch ein Weihnachtslied, das stammt aus Favoriten. Krippen haben sowas Rührendes. Gschrieben hat's a Wiener, a liebe alte Hütten. Kleine Musewaner, Kinder, seid's mir nicht bäß. Der Kasper Melchior und auch der Balthasar. Das waren die ersten Ausländer. Die Urenkel vom ersten, zweiten, dritten. Wem hätten wir so gerne einen Favoriten. Drum, liebe Kinder, gebt gut Acht. Dies Lied hab ich euch mitgebracht. Singt bitte und dann dein Hochzbarn. Das Leben ist kurz, lang wird der Traum. Das Christkirchen kommt aus Favoriten. Es stammt ganz sicher nicht aus Otagrin. Am Lahrberg steht heute noch die Hütten. Da drin ist der Ome, das Ome, das Ding. Der Stabler steht heute noch drin im Bruder. So hat er's einfach wollen, der Himmel vorder. Du hast die Hütten, hörte, die Wollee. Da zieht's die Hütten, hörten alle hin. Statt Gold, statt Weihrauch und statt Möhre. Gibt's Schnäpse, Durd und Leber, Kase und Biere. Das Christkirchen kommt aus Favoriten. Wenn's man's nicht glaubt, dann hat's euch wirklich geschnitten.